Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Weiter geht's mit der Bewusstseinserweiterung für Aktionäre im Rahmen der Bestseller-Challenge. Das seht ihr hier. Bewusstseinserweiterung klingt etwas esoterisch, aber ich denke, das trifft es ganz gut, weil wir gucken uns die beliebtesten Aktien der Deutschen an, nicht hier, sondern da, laut einer Auswertung der Consors Bank und arbeiten uns hier die Liste von oben nach unten durch, sind jetzt bei der Deutschen Bank angelangt. Tja, wenn du Deutsche Bank hörst, dann denkst du erstmal, du kriegst erstmal einen Fluchtreflex, aber den habe ich erfolgreich unterdrückt. Wir kümmern uns also heute um die Deutsche Bank. Wir fragen uns immer, ist diese jeweilige Aktie, um die wir uns kümmern, ein erfolgversprechendes Investment, ja oder nein, und dann schauen wir noch in der gleichen Branche nach, ob es andere Unternehmen, Aktiengesellschaften gibt, die vielleicht noch erfolgversprechender sind. Das heißt, wir stellen uns diesmal die Frage, gibt es eine Bank, die noch erfolgreicher ist, also die Deutsche Bank. Das ist jetzt nicht allzu schwer. Darum kümmern wir uns und wir machen das Ganze im Rahmen der Sparplanoffensive hier. Und die Sparplanoffensive ist dafür da, euch zu zeigen, wie man mit kleinen Beträgen langfristig investieren kann, um eben von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Dann gesponsert wird die Sparplanoffensive von der Konsorsbank. Die haben gesagt, hier hast du 3.000 Euro und dann zeigt man den Leuten, wie du das machen würdest, wie du versuchst, erfolgversprechende Aktien zu finden, in die du investierst über einen Sparplan. Da ich gedacht habe, mache ich sowieso mehr oder weniger, kann ich auch gleich das Geld nehmen und es mit dem Geld machen. Ähnliches haben sich auch Homo Ökonomikus und Talabox gedacht. Der Aron, Homo Ökonomikus, macht das Ganze ebenfalls über Aktien, Dividendenaktien und Talabox investiert in ETFs. Das ist natürlich auch eine Alternative. Dann gehen wir wieder hier zu unserer wunderbaren Liste mit der Deutschen Bank. Wir bestücken ein Depot mit 10 Aktien, sprich 10 Sparplänen, das wir dann besparen. Das sollen eben nur Aktien drin sein, die erfolgversprechende Investments sind. Und die rote Linie bildet eben diese Liste hier. Das heißt, wir haben hier keine durchgehende Strategie, wie man so will. Also mal gucken, ob wir das noch irgendwie hindrücken. Aber nichtsdestotrotz, jede einzelne Aktie soll schon sparplanwürdig sein und wie gesagt ein erfolgversprechendes Investment sein. Ob die Deutsche Bank das ist, das sehen wir gleich. Noch kurz, wenn du mitmachen möchtest, es gibt hier das Startup-Paket und dann kriegst du auch eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder für 90 Tage obendrauf. Stichwort Aktienfinder, den ziehen wir gleich in Action. Mein Name ist Thorsten Teth und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net und ich wiederhole mich an der Stelle gerne. Hier geht es ums langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Klappt nicht immer, deshalb hier der Risikohinweis. Mit Aktien kannst du nämlich auch mal Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Und falls du nicht glaubst, dass du mit Aktien auch Geld verlieren kannst, das ist eine wunderbare Überleitung, dann zeige ich dir doch jetzt mal hier den langfristigen Chart von der Deutschen Bank. Den siehst du hier in der Bewertung. Wir sind hier auch im Aktienfinder angelangt. Und hier hast du die Kursentwicklung seit Ende 2000. Das ist der Punkt hier bis Stand heute. Das ist der Punkt hier, das andere ist die Prognose. Und wenn ich die beiden Punkte miteinander verbinde, gibt es eine rot durchgestrichene Linie. Und was sehen wir dann? Da sehen wir ja diese Trendlinie. Und die zeigt doch klar, in Richtung Süden. Das heißt, mit der Deutschen Bank hast du langfristig Geld verloren. Und zwar wie viel? Wenn du 1.000 Euro investiert hättest, dann wären deine Aktien heute noch 100 Euro wert, hast du also Kursverlust von 90% erlitten. Ganz in Summe weniger, etwas weniger schlimm, weil die zwischendurch gezahlten Dividenden haben dann den Verlust etwas minimiert. Um 323 Euro hast du dann immer noch rund 60% Kursverlust, also insgesamt Verlust erlitten. Deutsche Bank, also kein gutes Investment. Wir werden uns in diesem Video mit der Frage beschäftigen, warum investieren Leute überhaupt in die Deutsche Bank? Das ist vielleicht keine schlechte Frage, die werden wir auch streifen. Wir werden uns aber insbesondere mit Bankaktien allgemein beschäftigen. Und dann werden wir sehen, das sehen wir hier schon, es gibt durchaus auch gute Bankaktien, mit denen man wirklich Geld hat machen können, langfristig. Und ich habe mir hier Bankaktien aus drei Ländern ausgesucht. Kanada, Australien und Deutschland. Dann siehst du hier ein Ranking. Je höher die Punktzahl, desto besser. Es gab gerade Mittagessen, hat da wirklich gut geschmeckt von meiner Frau. Genau, ich hoffe, es wird nicht allzu viel durchschlagen hier im Video. Naja, also wir haben ja Bankaktien aus drei Ländern. Und wir haben hier ein Ranking eingestellt, das ist Ranking Dividendenertrag, wo es darum geht, oder wo wir jemanden simulieren, einen Investor simulieren, der die Dividendenaktien sucht, schon mit einer stattlichen Dividendenrendite. Und da siehst du, dass die kanadischen Banken noch sehr gut abschneiden, dass auch die australischen Banken ordentlich abschneiden und dass die deutschen Banken, also deutsche Bank und Commerzbank, sehr schlecht abschneiden. Und das sind eben Klassenunterschiede hier. Und es ist, darauf will ich in diesem Video auch hinaus, kein Zufall, dass die deutschen Banken schlecht abschneiden und gerade die kanadischen Banken extrem gut und auch die australischen Banken besser abschneiden. Amerikanische Banken habe ich hier, also US-amerikanische Banken, lasse ich jetzt in diesem Video mal außen vor. Erstmal die Frage, warum investieren Leute überhaupt in die deutsche Bank? Und ich glaube, da gibt es mehrere Gründe, die auch psychologisch sind, psychologischer Natur sind. Zum Ersten würde ich vermuten, dass die deutsche Bank nach wie vor, dass der Klang deutsche Bank nach wie vor ein teilweise wenigstens wohlwollender Klang ist. und das Nächste ist, dass du ja siehst, dass die Aktie immer billiger wird. Und billig ist ja erstmal nicht schlecht. Jedenfalls könntest du dann denken, dass hier ein guter Einstiegszeitpunkt gekommen ist, vor allem wenn du das nur ein bisschen kurzfristiger anschaust. Dann hier zum Beispiel, kannst du dir denken, vor kurzem war die deutsche Bank noch 16 Euro, jetzt kostet es nur noch 6,50 Euro. Dann schlage ich doch jetzt mal zu, weil ich da mehr Aktien fürs gleiche Geld kriege. Ist ja richtig, auch dass sie billig ist, ist richtig. Aber das ist natürlich nicht die Frage, oder die Frage fehlt, ist ja auch preiswert. Also hat die Aktie auch eine gewisse Qualität, das werden wir uns auch noch gleich angucken. Weil der Preis alleine entscheidet eben nicht, ob die Aktie ein gutes Investment ist und ob du jetzt einsteigen sollst oder nicht. Du musst halt auch gucken, ist es die Aktie wert, also ist die Aktie preiswert. Und das machen wir hier fest an der langfristigen Gewinnentwicklung. Und die ist hier bei der deutschen Bank, das werden wir auch gleich sehen. Und das sehen leider grausig aus. Ein anderer Grund, der sein könnte, warum Leute nach wie vor deutsche Bank Aktien kaufen, ist vermutlich, dass es Kennzahlen gibt, die suggerieren, dass die Aktie eben ein Schnäppchen ist. Also geht auch wieder in Richtung billig. Beispielsweise das Kursbuchwertverhältnis. Also wenn du nach dem Buchwert gehst, dann kostet dich ein Euro Vermögen der deutschen Bank ungefähr momentan, glaube ich, 22 Cent. Das heißt, du kriegst die deutsche Bank hinterhergeschmissen, so fast ein Fünftel des Preises, den die deutsche Bank laut Bilanz eigentlich wert ist. Und das sind Kennzahlen, die dann suggerieren, dass du eben hier ein Schnäppchen machst. Nichtsdestotrotz, bis heute ist es so gewesen, dass wenn du langfristig bei der Bayerischen Bank Aktie geblieben bist, hast du Geld verloren. Immer. Immer. Es gibt keinen Unterschied, sogar wenn du da unten gekauft hättest mal, zum Tief der Finanzkrise, bis heute hast du auch Geld verloren. Zwischenzeitlich, aber es gilt auch für einen Pennystock, kannst du immer mal Gewinn machen. Aber das zählt ja für uns nicht, wir sind keine Trader und wir sind auch keine Spekulanten. Wie grausig die Gewinnentwicklung der deutschen Bank aussieht langfristig, das siehst du hier an der Gewinnentwicklung pro Aktie. Keine Stabilität festzustellen und wenn es hier einen Trend gibt, dann ist es eben der, dass es eher schlechter wird, statt besser. Entsprechend instabil auch die Entwicklung der Dividenden, wie du hier siehst. Bis zur Finanzkrise hat sich das Ganze ganz gut entwickelt, da hat es immer recht gut entwickelt. Stichwort Investmentbanking, bevor es der Deutschen Bank auf die Nase fiel und seitdem eben mehr oder weniger ein Trauerspiel. Stichwort Investmentbanking, vielleicht noch was zur Deutschen Bank. Die Deutsche Bank hat irgendwo den roten Faden verloren oder ist dann irgendwo auf Abwege geraten, Ende der 80er Jahre. Es gibt einen wunderbaren Artikel hier, der das Ganze auch schön zusammenfasst, vom Handelsblatt. Das heißt, warum die Deutsche Bank international scheiterte. Da geht es explizit schwerpunktmäßig ums Investmentbanking und im Prinzip liegt es daran, also die Deutsche Bank hat Ende der 80er Jahre angefangen, im angesächsischen Raum Unternehmen zuzukaufen, die im Investmentbanking tätig sind und hat die Jungs machen lassen. Das hat dazu geführt, dass in den Hochzeiten vier Fünftel des Gewinns vom Investmentbanking kamen. Das heißt, es gab eine ganz klare Schwerpunktverlagerung hin zum Investmentbanking, was auch bankintern zu Verwerfungen geführt hat. Also Investmentbanker, Top-Investmentbanker konnten deutlich mehr verdienen und haben auch deutlich mehr verdient als der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank selbst. Es gab Rekord, der Rekordbonus war 80 Millionen, ich glaube es war ein US-Dollar, steht dann auch nochmal hier drin. Und letztendlich ist das Investmentbanking der Deutschen Bank aber auf die Füße gefallen. Nicht sofort auch im Rahmen der Finanzkrise, aber durch die vielen Skandale, die gekommen sind, weil mit dem Aufstieg des Investmentbankings bei der Deutschen Bank hat die Deutsche Bank auch den moralischen Kompass verloren. Und das hat man dann, oder das wissen wir heute, durch die ganzen Skandale, die nach und nach aufgepoppt sind. Es gab den LIBOR-Skandal, also die Manipulation von Leitzinssätzen zur Bereicherung der Banken, weil nicht nur die Deutsche Bank berücksichtigt. Im Cum-Ex-Skandal gab es aber auch nicht ausschließlich die Deutsche Bank mit drin im Boot. Da war auch beispielsweise die Commerzbank. Dann gab es die Panama Papers, es gab diverse Geldwäsche-Skandale, unter anderem Geld, das nach Russland geflossen ist. Es gab auch in den USA mehrere Skandale, unter anderem auch mit Hypotheken. Die Deutsche Bank, da steht es nicht drin, in einer anderen Quelle steht es drin, die wurde dann in den USA als Slumlord bezeichnet, weil sie auch für die verbreitete Verelendung von Vierteln verantwortlich gemacht worden ist. Und sie musste da auch, oder sie hat dann auch da Geld bezahlt. In Summe hat die Deutsche Bank über 16 Milliarden US-Dollar schon Strafe aufgepumpt bekommen. Immer im Rahmen dieser ganzen Skandale. Und das ist deutlich mehr, als die Deutsche Bank seit 2008 kumuliert an Gewinnen erwirtschaftet hat. Da hat sie ungefähr 1,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wobei, da sind natürlich dann auch die Verluste wenigstens teilweise abgezogen, also die Strafzahlungen. Aber nur mal so für die Größenordnung. Und Stand heute ist die Deutsche Bank wieder zur Erkenntnis gekommen, sich doch auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und das Investmentbanking zurechtzustutzen. Das Kerngeschäft einer Bank ist die Kreditvergabe, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und das heißt, es gibt das Firmenkundengeschäft, es gibt das Privatkundengeschäft. Dann haben wir doch das Investmentbanking, was eben zurechtgestutzt werden soll. Also der Eigenhandel insbesondere oder Börsengänge begleiten, Merger und solche Geschichten. Und das Assetmanagement, was ja die Deutsche Bank auch hat. Also die DWS, die Tochtergesellschaft, die dann Fonds anlegen und so. Die auch an die Börse gegangen sind. Gut, oder wie gesagt, das Investmentbanking so zurechtgestutzt werden. Gleichzeitig soll dann natürlich auch die Bank verschlankt werden und so weiter. Weil man ja jetzt kein großes Rad mehr dreht. Man muss dann wieder solide wirtschaften. Und ob die Deutsche Bank mal wieder irgendwann zum alten Glanz zurückkehrt, das ist erst mal zu bezweifeln. Also es wird kein leichter Weg werden. Insofern auch nicht, als dass die Rahmenbedingungen ja sehr schwer sind, insbesondere in der Eurozone. Stichwort Nullzins. Und da werden ja die Margen abgeknabbert im Kerngeschäft. Also alles mit sehr großen Fragezeichen behaftet. Bei der Deutschen Bank und definitiv nichts, was man jetzt einfach mal eine Aktie, die man kauft, um sie liegen zu lassen, von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Ja, wenn man das eben so sieht, als deutscher Aktionär und dann auch noch die Commerzbank sich anguckt, dann möchte man doch die Finger von Aktien lassen. Und das ist auch genau das, was wir im Stadterdepot gemacht haben. Und zwar zeige ich dir das mal. Da gab es nämlich eine Abstimmung. Was du hier siehst, das ist der begleitende Blogbeitrag zum Video. Ich mache zu jedem Video dann auch noch einen Blogbeitrag. Und da stehen auch die ganzen Links drin. Also hier gibt es recht viele Verlinkungen. Die ganzen blauen Dinger hier. Da kannst du dann dich nochmal ein bisschen mehr einlesen, wenn du möchtest. Und wo sind wir stehen geblieben? Bei der Abstimmung hier. Also es gibt das Stadterdepot. Wo wir wirklich ein Depot von der grünen Wiese auf hochziehen, schon hochgezogen haben. Das ist im Prinzip schon, die Struktur ist jetzt für das erste fertig. Wir haben ja 20 Aktien drin, also 20 Sparpläne, Aktien, die wir besparen. Und da haben wir uns auch mal gefragt, sollen wir vielleicht auch mal einer Bankaktion eine Chance geben? Und da haben sich dann die Zuschauer mit 46%, da stehen wir dafür entschieden, es nicht zu tun. Und jetzt im Rahmen der Bestseller-Challenge möchte ich aber eine Aktie mit reinnehmen. Und ich möchte auch zeigen hier, dass es tatsächlich auch gute Aktien gibt. Und ich möchte jetzt auf den Unterschied hin arbeiten zwischen den deutschen Privatbanken hier, die ja doch recht erfolglos sind, und den kanadischen und australischen Kollegen, die deutlich erfolgreicher sind und warum das so ist. Dass sie erfolgreicher sind, das siehst du, wenn ich hier zum Beispiel jetzt, schau dir nochmal hier die Gewinnentwicklung von der deutschen Bank an. Und jetzt vergleiche ich die mal mit der Royal Bank of Canada. Da, die sieht so aus und da würdest du wahrscheinlich jetzt erstmal nicht glauben, dass es eine Punk-Aktie ist. Wenn du hier siehst, 2008, 2009, während der Finanzkrise, siehst du keinen Gewinneinbruch, eher eine Stagnation. Auch die Dividende wurde nicht gekürzt. Wir können sogar auch den Zoom abstellen. Und dann siehst du hier ab 1994, 1993 die langfristige Gewinnentwicklung. Und es geht halt die ganze Zeit im Prinzip nur aufwärts. Insofern halt auch ein schönes langfristiges Investment hier gewesen bisher. Also gehen wir wieder hier von Ende 2000 bis heute. Siehst du hier aufs Jahr, hättest du 10% Rendite gemacht, die Dividenden mit einbezogen. Und die Trendlinie zeigt nach oben und nicht nach unten, wie es bei der Deutschen Bank eben der Fall ist. Das ist ja auch kein Wunder bei so einer Gewinnentwicklung. Und das zeigt eben, dass eine Bank, die im Prinzip eine Bank ist, wie die Deutsche Bank auch, das heißt, die die gleichen Kernfelder hat. Das heißt, Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft, sie machen auch Assetmanagement und sie machen auch Investmentbanking. Aber das ist offensichtlich doch ganz anders, also viel Erfolgversprechender läuft. Und warum ist das so? Das hat mit den regulativen Rahmenbedingungen zu tun. Und zwar ist die Bankenregulierung in Kanada sehr viel konservativer, strikter, weniger experimentierfreudig, als es in anderen Ländern, den USA eingeschlossen, der Fall ist. Und ich habe da auch ein bisschen recherchiert und die Ergebnisse da sind auch recht eindeutig. Das ist was vom Internationalen Währungsfonds. Jetzt geht es nochmal kurz zur Deutschen Bank zurück. Das ist auch nochmal ganz interessant. Also nochmal Klammer auf, der Deutschen Bank. Der Internationale Währungsfonds sieht in der Deutschen Bank das Institut mit dem höchsten Systemrisiko, mit der größten Ansteckungsgefahr für die finanzielle Stabilität. Und hier siehst du die Verästelungen. Wenn die Deutsche Bank umgeben soll, dann siehst du hier andere Finanzinstitute, die dann relativ stark davon betroffen werden. Unter anderem hier auch die Commerzbank. Das ist aber nur nochmal am Rande. Dann gibt es hier auch vom Internationalen Währungsfonds eine Analyse zur finanziellen Stabilität des Finanzsystems Kanadas. Da wird dann auch der Bankensektor unter die Lupe genommen. Und sie kommen dann zum Ergebnis, dass die Performance des Bankensektors, des kanadischen Bankensektors stark ist. Dass sie solide Erträge erwirtschaften, dass sie Kapitalrücklagen haben ausreichend. Dass sie ihre Kapitalisierung, Kapitalrücklagen stetig verbessert haben. Dass sie über robuste Einnahmeströme verfügen im Rahmen des Universalbankings. Das ist das, dass es eben nicht einseitig Investmentbanking oder so betrieben wird. Und das sogar in Zeiten niedriger Zinsen, die ja auch Kanada nicht verschont haben. Und dann sieht man auch nochmal, dass Abschreibungen im Kreditbereich bemerkenswert niedrig waren. Und so weiter. Das Ganze festigt sich nochmal, dieser positive Eindruck, wenn man hier vom World Economic Forum, da gibt es Listen bezüglich der Stärke der Bank, des Bankensystems oder der Banken auf Länderebene. Und das ist auch eine gewisse Auswertung. Und dann siehst du hier an Platz 1 Finnland, Singapur, Hongkong, Chile. Und dann kommt es schon Australien und Kanada. Kanada lag im Vorjahr noch auf Platz 2. Dann ist ein bisschen was verloren, aber die liegen immer noch ziemlich weit vorne. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, wo liegt Deutschland? Ich mache die Liste mal ein bisschen größer. Jetzt ist es auf Platz 8 Schweiz. Platz 7 Luxemburg. 10 Norwegen. Dann geht es hier weiter runter. Österreich Platz 20. Ägypten Platz 32. Hört, hört. Uruguay, Vereinigte Staaten Platz 25. Südafrika, Mexiko. Japan Platz 33. Dänemark Platz 35, schon relativ weit hinten. Frankreich Platz 39. Schweden 44. Ja, England 52. Polen, Ecuador, Belgien Platz 60. Namibia, Korea, Kuwait. Deutschland, Deutschland, also auf Platz 64. Das heißt schon relativ viel Abstand zu Australien und Kanada hier oben. Also es liegt also wirklich auch am Bankenregulierungssystem. Also offensichtlich, wie viel Freiheit man den Bankern lässt. Und je nachdem eben fällt das Ergebnis hier unterschiedlich aus. Ich denke, es ist dann soweit klar geworden, denke ich, dass es strukturelle Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Banken und wie erfolgreich sie sind. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir gucken uns mal ein bisschen näher die Banken an, die auch sparplanfähig sind als Vorbereitung für die Abstimmung. Die Commerzbank ist sparplanfähig, also bei der Consorzbank. Wir haben ja hier die Consorzbank als die proführende Stelle, aber die mache ich raus. Westpac ist nicht sparplanfähig und die Bank of Newcastle auch nicht, die anderen Aktien sind es. Und jetzt einmal rein und einmal raus, damit die anderen Aktien weg sind. Und dann gucken wir mal die langfristige Gewinnentwicklung. Und dann gucken wir auch an, wie die Bewertung aussieht. Dann machen wir das hier mal weg. Und dafür brauchen wir die Gewinnentwicklung in erster Linie. Und dann haben wir hier das KGV. Ich muss immer die charakteristische Periode raussuchen für die Bewertung. Dank der stabilen Gewinnentwicklung ist es eigentlich egal, wo ich anfange, weil es da keine großen Einschnitte gibt. Da nehme ich den ganzen Zeitbereich einfach. Und dann haben wir hier den Kurs. Dann können wir jetzt gucken, wie sich der faire Wert entwickelt hat. Der ist natürlich gestiegen, weil die Gewinne gestiegen sind. Können wir dann auch schauen, wie die Kursentwicklung den fairen Wert respektiert hat langfristig. Und da siehst du eben mal Phasen darüber, mal Phasen unter der Bewertung. Aber der Aktienkurs hat sich am fairen Wert orientiert. Und dann kannst du auch den fairen Wert Dividende dir mit einblenden lassen. Und da siehst du, dass es im Prinzip das Gleiche gilt. Wir haben ja im Prinzip schon Phasen der Über- und Untertreibung. Insbesondere natürlich während der Finanzkrise, aber summa summarum noch relativ nah beim fairen Wert, wenn man das mit anderen Aktien vergleicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist die Royal Bank of Canada über- oder unterbewertet. Und du siehst schon, der Aktienkurs liegt unterhalb der beiden fairen Werte. Fairen Werte Dividende, Fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn, auf dem operativen Cashflow. Den können wir nicht nehmen, weil es eine Bank ist. Und da ist das nicht eins zu eins mit dem, entspricht das nicht eins zu eins der echten Geschäftsentwicklung, der Geldfluss in und aus der Bank raus. So, der aktuelle Kurs entspricht 107 kanadische Dollar und der fairen Wert basierend auf der Schätzung. Das laufende Geschäftsjahre wäre 118 kanadische Dollar, also 12 kanadische Dollar mehr. Was in Prozent ausgedrückt heißen würde, 15 Prozent, hätte es dann eine Renditeerwartung. Da sind aber die Dividenden dann drin. Apropos Dividende, wenn du den Fernwert Dividenden nimmst, liegt das sogar nochmal leicht drüber. Übrigens hat die Bank Geschäftsjahr zum Ende Oktober, wie ich hier sehe. Das heißt, das letzte Geschäftsjahr ist gerade abgelaufen. Wir haben jetzt den 2. November, das heißt, wir haben da noch ein Quartalschätzung drin, aber es ist schon relativ nah an der Realität. Und da wäre dann der faire Wert 111 kanadische Dollar im Vergleich zu 107 kanadischen Dollar. Man kann sagen, fast fair bewertet, leicht unbewertet die Aktie. Und wenn du wissen willst, dann hier, was für eine Renditeerwartung du hast, kannst du hier mal gucken. Kannst auch ein bisschen tiefstabeln unterhalb des bilanzierten Gewinns. Dann wären das hier ungefähr 9 Prozent. Wir erinnern uns, 10 Prozent war das langfristige Mittel, was man da mit der Royal Bank of Canada an Rendite erwirtschaftet hat. Und wenn wir die Renditeerwartung basierend auf der geschätzten Gewinnentwicklung nehmen, dann kommen wir auch wieder genau auf die 10 Prozent. Ist insofern ja alles plausibel. Dann gucken wir uns mal die Toronto Dominion Bank an. Da zuerst nochmal hier ein kleiner Qualitätscheck. Und da sehen wir dann die langfristige Gewinnentwicklung hier. Auch hier erstmal von links unten nach rechts oben. Sehen hier aber gewisse Unregelmäßigkeiten. Wenn hier die Nettomarsche so nach oben springt, dann hat es meistens irgendwas. Irgend sind es meistens Ursachen, die im außergewöhnlichen Geschäftsumfeld zu suchen sind. Vielleicht Verkäufe, Unternehmensverkäufe oder sonst irgendwas. Hier in 2.2, da klingt irgendwas schief, aber langfristig gesehen hier auch recht erfolgversprechend. Dann schauen wir uns mal die Bewertung an. Dann müssen wir mal wieder kurz zurück auf Los gehen. Dann sehen wir hier die Gewinnentwicklung erneut. Und dann haben wir hier die KGVs können wir ab hier anfangen und ziehen da mal den Mauszeiger drüber. Dann haben wir hier die Kursentwicklung. Für diesen Zeitraum hier berechnen wir dann den fairen Wert, legen den drüber. Siehst du, ähnlich wie bei der Y-Bank of Canada wird auch hier der fairen Wert respektiert. Dann werden wir die Dividende auch nochmal drüber legen. Zoomen wir rein und ähnlich wie bei der Y-Bank of Canada, da hätten wir hier auch eine Unterbewertung. Also das scheint, dass kanadische Bankaktien momentan eher günstig zu haben sind. Und aktuelle Kurs 75 kanadische Dollar. Faire Wert momentan wäre 82,50 kanadische Dollar. Und hätten wir hier voraussichtlich steigende Gewinne. Bei lauter Dividende wäre der faire Wert momentan bei 85 kanadischen Dollar. Und was für eine Renditeerwartung haben wir hier, wenn wir den bilanzierten Gewinn zur Rate ziehen, die Schätzung der Wernzuhörer, knapp 16%. Also gar ein bisschen mehr als bei der Royal Bank of Scotland. Was wir auch noch haben, das ist die Commonwealth Bank of Australia. Und die glänzt durch eine höhere Dividende als die beiden kanadischen Banken. Die beiden kanadischen Banken, die kommen auf 3,8%. Commonwealth Bank of Australia auf 5,5%. Also der hat nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt. Schauen wir uns erstmal hier an, wie das langfristige Gewinnwachstum aussieht. Also schönes Gewinnwachstum im Prinzip. Allerdings hier Schlagnation seit 2015. Und seit 2015 stagnieren auch die Dividenden, wenn auch auf hohem Niveau. Gucken wir uns mal die Bewertung an hier. Und dann nehmen wir, können wir auch den kompletten Zeitraum nehmen, auf jeden Fall von hier ab. Da gibt es keine großen Veränderungen im Kurs-Gewinn-Verhältnis, was ja genommen wird als Multiple, um die Fernwerte auszurechnen. Schauen wir uns die Kursentwicklung an. Da gab es auch schon mal ziemliche Kursverluste hier im Rahmen der Finanzkrise. Und ebenso schnell hat sich dann die Aktie wieder berappelt. Berappelt dann den Fernwert KGV drüberlegen. Das sieht man auch, dass es starke Untertreibungen gewesen sind. Fernwert, das hier auf die Dividende ebenfalls. Zoom und ran in das Ganze. Und das sehen wir hier, dass die Aktie momentan stark unterbewertet scheint. Warum? Weil der Gewinn rückläufig gewesen ist offensichtlich zu dem Aktienkurs erstmal. Oh, nee, umgekehrt, umgekehrt, Entschuldigung. Ich bin schon gewohnt, dass die Aktien, dass die Bankaktien unterbewertet sind. Aber nein, die hier ist überbewertet, weil der Gewinn gefallen ist. Aber der Kurs, der Markt erwartet, oder hat hier erwartet dann schon eine Verbesserung der Situation. Du siehst das, der, ich zume mal ein bisschen zurück. Du siehst das, ich zeige es dir nochmal hier. Hier hat die Aktie quasi ihren Gewinnhöhepunkt erreicht, das Unternehmen hat einen Gewinnhöhepunkt erreicht hier. Dann war es hier rückläufig. Dann sind auch die Kurse unter die Räder gekommen. Ich mache das hier mal weg. Dann sind auch die Kurse hier unter die Räder gekommen, wie du das hier so ungefähr sehen kannst. Und jetzt nimmt der Markt schon eine Verbesserung der fundamentalen Situation vorweg. Also quasi diese Erholung hier, so scheint es jedenfalls. Allerdings, wenn du bilanztechnisch guckst, wie momentan eben, sind die Gewinne hier noch rückläufig. Also sie sind momentan auf dem Tiefpunkt angelangt. Deshalb ist auch der das nicht. Deshalb ist auch der faire Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn, auf dem Tiefpunkt angelangt. Und dass jetzt die Aktie momentan überbewertet scheint. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, dann wäre die Aktie fast genau fair bewertet. Dann wäre nämlich der faire Wert 79, australische Dollar. Und der Kurs wäre im Prinzip auch bei 79, der ist fast auch 79. Australische Dollar hoch. Warum jetzt die Analysten dann davon ausgehen, dass im Jahr drauf die Gewinne wieder sinken, das weiß ich nicht. Da muss man Analysten fragen. Es scheint so, dass der Markt das auch nicht ganz so ernst nimmt, was hier dann geschätzt wird, für den nächsten Geschäft zu arbeiten. Faire Wert basierend auf der Dividende. Der zeigt im Prinzip eine faire Bewertung an. Hier gehen die Analysten interessanterweise erstmal von leicht sinkenden Dividenden aus, bevor sie wieder leicht steigen sollen. Also wir sehen hier, ganz so sicher ist man sich nicht, wie es hier weitergeht. Und die Dividende ist schon relativ gekantig genäht. Im Gegensatz zu den kanadischen Titeln. Ja, die Deutsche Bank, da verzichten wir mal auf eine Bewertung, also ob die Aktie jetzt günstig oder teuer ist, weil es da keinen Sinn macht. Weil die Deutsche Bank extrem unzuverlässig ist bezüglich der Gewinnentwicklung. Und auch die Zukunft extrem unsicher ist, da es macht alles wenig Sinn. Du siehst auch nochmal den Klassenunterschied zwischen den unterschiedlichen Aktien hier. Einmal basierend auf der Dividendenstabilität bei der Deutschen Bank. Also diese Kennzahl der Stabilität geht von Minus 1 bis Plus 1. Stabilität hier bei den kanadischen Banken und auch der österreichischen Bank sehr hoch. Überall über 0,9, also sehr hoch. Das heißt, eine Dividende ist recht zuverlässig. Die Deutsche Bank Minus 0,48. Das heißt, es gibt auch einen Trend. Allerdings ist es ein negativer Trend mit Minus 0,48. Das sieht man nicht gerne. Bietet sich auch hier oder spiegelt sich auch in den Steigerungsraten. Bietet die negativ sind bei der Deutschen Bank. Und dann haben wir hier noch die Stabilität des Gewinns. Auch sehr stabile Gewinne, relativ stabile Gewinneentwicklung über 0,9. Bei allen drei Banken, wobei die Wachstumsraten hier nochmal unterschiedlich sind. Du siehst, dass bei der Commonwealth Bank of Australia das Wachstum niedrig ist. Im niedrigen, einstelligen Bereich hat die letzten zehn Jahre. Und auf die letzten fünf Jahre sogar leicht negativ gewesen. Ich hätte hier auch noch anzubieten, das prognostizierte Gewinnwachstum auf das laufende Geschäftsjahr. Das ist hier. Gierliche Zuwachs des Gewinns geschätzt bei der Deutschen Bank. Minus 24.000%. Ja, solche Werte. Gucken wir uns das nochmal an. Also, nur zeigen, dass es kein Datenfehler ist. Der Gewinn pro Aktie ist von minus 1 Cent auf minus 1,68. Und dann kommst du hier auf diese Prozentwerte. Du siehst schon, dass du mit so Standardkennzahlen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, eine Aktie wie die Deutsche Bank mit so Kennzahlen zu bewerten. Auch mit Steigerungsraten macht es überhaupt keinen Sinn. Aber das absolut unzuverlässig ist. Und wenn du dann hier solche Werte hast, also so eine Ausgangsbasis von einem einzigen Cent, dann kommst du halt auf horrende Prozentunterschiede, wenn dann der Gewinn oder der Verlust plötzlich 2 Euro oder irgendwas ist. Also, das ist alles ziemlich Banane. Anders sieht es aus bei Qualitätsaktien. Da bezeige ich mal diese drei Banken jedoch eher als Qualitätsaktien. Und dann siehst du ja auch den jährlichen Zuwachs des Gewinns, der im zweistelligen Bereich bei der Toronto Dominion Bank gelegen hat. Jetzt aber auch im mittleren bis hohen einstelligen Bereich ist. Insgesamt bei den kanadischen Banken. Bei der Commonwealth Bank auf Australia, da haben wir ein bisschen anderes Bild. Wie gesagt, da haben wir jetzt in der letzten Vergangenheit Rückschläge gehabt. Wir haben jetzt aber angeblich wieder ein gutes laufendes Geschäftsjahr. Deshalb ist ja auch offensichtlich dann der Kurs wieder in die Höhe geschossen mit einem Gewinnwachstum zu 20 Prozent. Wie es weitergeht, wissen wir nicht so genau. Also, hier ist ein bisschen weniger Stabilität drin als bei den kanadischen Kollegen. Gut. Ich verlinke auch nochmal das Video zum Starter-Depot. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, wo ich auch mal die Royal Bank of Canada ein bisschen näher mir angeschaut habe und auch noch US-Aktien, US-Bank-Aktien, die jetzt aber hier nicht zur Auswahl stehen. Dann würde ich sagen, stimmen wir mal ab. Ich bin gespannt, welche Aktie das Rennen macht. Und was ich ja auch rauskristallisier, so langsam ein bisschen, das ist, dass obwohl wir eigentlich keine Anlagestrategie durchgehend haben, haben wir ja doch schon jetzt zwei Aktien drin mit KTDI und SIX, der Vorzugsaktie. Und das sind ja auch Dividendenzahler bereits, die zwischen 3 und 4 Prozent Dividende abwerfen. Das heißt, da würde auch hier so ein Dividendenzahler gar nicht schlecht reinpassen. So, meine spontane Meinung. Ihr seht es ja vielleicht anders. Ihr könnt dann auch gerne kommentieren. Jedenfalls bedanke ich mich an der Stelle, dass ihr so lange durchgehalten habt. Dann viel Spaß beim Abstimmen und bis zum nächsten Video. Ciao.